Schlechte Träume Es gab eine Zeit, da war Lili sehr verfressen. Jeden Tag aß sie Süßigkeiten bis zum Abwinken. An gesunde Nahrung dachte sie nie. Doch dies hatte schlimme Folgen. Jeden Abend, bevor sie sich schlafen legte, stopfte sie sich mit Süßem voll. Nachts träumte sie immer von der bösen Katze. Eines Abends hatte sie aber keinerlei Süßigkeiten mehr im Haus. Voller Verzweiflung suchte sie etwas Essbares, doch sie hatte bereits nachmittags schon alles weggefuttert. Außer wenigen Nüssen und Trauben von der vorigen Woche. Also aß sie diese und begab sich zur Ruhe. Diesen Abend konnte sie sofort einschlafen, nicht wie an den Abenden zuvor, als sie das Essen schwer geplagt hatte. Sie hatte die schönsten Träume und war fröhlich und heiter, als sie am Morgen aufwachte. Daraufhin beschloss sie, auf ihre Ernährung zu achten, sich nie wieder voll zu stopfen und keine Süßigkeiten mehr zu essen. Aufgabe, esse nicht zu viel Süßes, sonst wirst du die gleichen Probleme wie Lili haben. Wir sehen uns等一下. Wir sehen uns payment. Wir sehen uns holder, wie wir ihm sellen. Wir sehen uns vorbei. Wir sehen uns bald hhern. what we Oh ist das? Wir sehen uns, lasst du hier in den ganzen bargain. Wir sehen uns am das sofort. Wir sehen uns. Vielen Dank.